Zu jeder Zeit hat sich die Menschheit nach Superhelden gesehnt. Helfer in der Not, Bewahrer und Verteidiger. Super, Spider und Batman machen da einen tollen Job. Aber auch das Saarland hat einen Superhelden. Unterwegs im Land, aktiv in den sozialen Netzwerken, ist Captain Maggi, der mit seinen Einsätzen und den Adventures of Captain Maggi die saarländische Mundart ebenso pflegt wie das Image für Maggi, Fleisch, Käse, Urpilz. Er rettet damit die traditionellen Saar-Hotspots und die Klischees in die digitale Zeit hinüber. Captain Maggi heißt Manuel Nau und ist im Studio. Herzlich Willkommen. Hatte ich noch gerade was von Läppsch gehört? Nee, nichts von Läppsch. Schmeckt alles gut und würzig. Schön, dass ich da sind darf. Super. Hi. Das traditionelle Superman-Shirt mit dem S in gelb, in rot, in blau, das hast du umgemodelt mit einem M. Und so sieht man dich auch im Internet immer wieder. Genau, so ist es richtig. Das ist quasi das Superman-Logo, nur halt umfunktioniert auf das Maggi-Logo. Also ein M, ein gelbes M. Das Ganze ging los. Kannst du ein bisschen weiter vom Mikrofon weggehen, damit es nicht zerrt. Aber als Superheld hat man natürlich mega Power. Das Ganze ging los mit einem Rezept, das eben für diese wunderbare braune Würze geändert werden sollte. Und da musstest du loslegen. So ist richtig. So kam es. Genau so ist es. Viele Saarländer wissen ja gar nicht, dass ich quasi das Saarland vor dem Super-GAU gerettet habe. Der wäre gewesen? Ja, die Änderung des Maggi-Rezepts. Oh Gott. Das nicht vorzustellen, was da passiert wäre am Saarland. Das ging durch die Medien, dass die da irgendwie was wursteln wollten. Und dann hast du als Käpt'n Maggi da mal auf den Putz gehauen. So ist es. Denen habe ich mal ordentlich einen Drohbrief auf die Seite gestellt gehabt. Und jeder weiß halt jetzt, wie das Ausgang ist. Maggi schmeckt immer noch wie damals. Und das war die Initialzündung, zu sagen, als Käpt'n Maggi, das kann eine Marke sein, da kann ich ein bisschen aktiv werden und im Saarland unterwegs sein. Ja, jetzt gestern braune Brühe, ein bisschen heller, aber mindestens genauso würzig. Genau, war Saarhochwasser, wo du irgendwie dich fotografiert hast mit dem Strohhalm und gesagt hast, Käpt'n Maggi trinkt, bis es wieder vom Pegel her unten ist. Genau so war es. Und ihr könnt mir danken, ne? Die Startautobahn ist offen geblieben. Ist offen geblieben, wunderbar. Das ist ein Spaß im Internet, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter mit deinen Geschichten. Und du hast auch gut Rückmeldungen, da gucken viele Leute. Ja, das ist richtig. Ich meine, man trefft so quasi den Nagel der Zeit. Jeder kann sich so ein bisschen damit identifizieren und man muss das Ganze auch mit so ein bisschen Zwinker aussehen, sich selbst auf die Schipp nehmen. So sind wir Saarländer halt, ne? Genau. Das Saarländische, die Glieschees, Dippetlappes und Leona und Urpils und Maggi, rübergerettet in die Social-Media-Zeit und so ein bisschen Crazy-Faktor dazu. Ja, genau. Man muss es halt auch schon ein bisschen interessant halten. Die Leute will mal jo ansprechen und ich denke, es ist wichtig, dass die Tradition und die Geflogenheiten im Saarland einfach hochgehalten werden, sonst sterbt das Ganze aus. Genau. Und das macht ja Herr Käpt'n Maggi halt. Der guckt, dass die Mundart noch weiterlebt und nicht nur irgendwie bei Geheimtreffen, wo man sich alte Gedichte vorliest, sondern dass man es heute immer noch macht. Auch in Sachen Bergbau bist du aktiv gewesen. In Felsen gibt es tolle Bilder mit Schipp und wenig an. Was war das? Genau. Also selber im Bergbau tätig war ich nicht, aber ich engagiere mich dort sehr gern. Ich meine, das gehört halt zur saarländischen Geschichte dazu. Ohne Bergbau hätte das Saarland so nicht existieren können, wie es jetzt machen tut. Und da haben wir quasi die Panne-Schippendales haben wir gemacht. Spärlich begleitet, nur mit dem Arschledder und der Panne-Schipp. Super. Und da gibt es einen Kalender sogar, gell? So ist richtig, genau. Wir haben einen Kalender gemacht im Erlebnisbergwerk, wo wir die schönsten Fotos zusammengefasst haben im ganzen Jahr. Da sind nicht nur die Panne-Schippendales drin, da sind auch andere schöne Sachen wie Schneewittchen und die sieben Zwergmänner und noch viele andere Sachen. Könnt ihr euch mal angucken. Und dann auch kaufen als Kalender für nächstes Jahr. Superman heißt im wahren Leben Clark Kent und geht einem Bürojob nach. Captain Maggi heißt Manuel Nau. Was machst du? Ich bin angestellt als kaufmännischer Angestellter. Ich verkaufe normalerweise Autoteile-Zubehör. Aber als Captain Maggi ist das so zum Hobby geworden, dass schon sehr viel Raum einnimmt, ne? Das ist richtig. Also die Zeit wird schon ganz knapp. Da braucht man schon im Hintergrund Leute, die das verstehen und einem dort die Stange halten. Genau. Berühmt wurdest du auch jetzt am Martinsumzug, weil du so eine Maggi-Flasche groß gebaut hast als Laterne. Ja genau. Also nicht nur eine Maggi-Flasche, da war auch noch ein Fleischkäse weg dabei. Und ich muss gerade überlegen, was das andere war. Leona, oder? Leona, genau. Richtig, den Leona war das. Ein leuchtender Fleischkäse weg. Das hat ausgesehen. Manuel, es gibt ein Benefits-Projekt, ein, wenn man so will, Band Aid mit saarländischen Künstlern. Das heißt, selber backen lassen. Das ist ein Lied von Deichkind, aber auf saarländisch gemacht. Erzähl mal zu dieser Benefits-Platte was. Genau, also im Saarland haben über 30 verschiedenste Künstler ein Lied aufgenommen zum Song von Deichkind. Das nennt sich selber backen lassen. Und wir sammeln Spenden für den guten Zweck. Das ist ein Weihnachtslied. Wir können ja auch gerne mal kurz reinhören. Das können wir machen. Also es sind wirklich alle saarländischen Künstler aller Stilrichtungen dabei. Genau. James Boyle von Honey Creek ist dabei. Petra Williams ist dabei. Du spielst eine Rolle, reden wir gleich drüber. Die ungekocht genießbar sind dabei. Und die saarländischen Rapper. Selber backen lassen. Das ist der Weihnachtssong des Saarlandes. Feuer frei. Alles muss man. Selber backen lassen. Oh oh. Wir machen's für den guten Zweck und naschen euch den Kuchen weg. Alles muss man. Alleine backen lassen. Oh oh. Und werft die Tatschen fliegen, dass wir gar nichts mehr backen kriegen. So, jetzt los mit euer Flocker River Wachse. Das geht für guter Zweck. Da kommt jetzt gleich so Paypal-Link, ne. Dann einfach drauf träge und los geht's. Was gut ist, du? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. So machen die das im Internet. Ihr klickt, also wir klicken, das Ding bei YouTube oder auf den Plattformen und dann kann man spenden. Genau so ist es. Dort ist der Link hinterlegt und dort könnt ihr was Gutes tun. Captain Maggi. Was sagt eigentlich die Firma Maggi, also Nestle, die diese braune Würzflüssigkeit vertreiben dazu? Mit denen hast du dich schon irgendwie ausgetauscht auch vorher. Genau. Wir hatten schon Kontakt. Also die haben das schon auf dem Schirm, dass ich sowas mache. Ich darf das Ganze auch gerne machen, weil es ist ja eine positive Werbung für die Firma und deswegen sind die dem Ganzen sehr positiv gesinnt. Und deswegen musst du auch immer, wenn du was postest, schreiben, unbezahlte Werbung, weil verdienen tust du damit nichts. Das ist einfach der Spaß an der Sache. Genau so ist es. Also wie gesagt, das ist ein reiner Fan-Blog eigentlich, den ich dort betreibe. Also nicht nur jetzt über Maggi, sondern halt grundsätzlich über alle saarländischen Produkte, saarländischen Geflogenheiten, Traditionen, Mundart, Klischees. Alles wird dort eigentlich bedient, was so das Saarland so herzlich und liebenswert macht. Und damit auch rüber gerettet in die digitale Welt, wie ich gesagt habe. Hast du neue Pläne? Wenn jetzt sowas wie gestern kommt, Hochwasser, denkst du, da mache ich was draus, da gehe ich hin. Und ansonsten, was kriegen wir noch von dir zu sehen? Ja, es sind verschiedene Sachen, die auf Halde liegen, die man so rausschießen kann. Und ansonsten muss man, denke ich mal, spontan sein, das Tagesgeschäft im Hinterkopf behalten. Und wenn irgendwas Tolles passiert, das aufgreifen und auf das Saarländische ummodeln. Und das alles als Hobby. Man könnte sich überlegen, so einen Scheinwerfer wie bei Batman, der so einen großen Leona-Ringel irgendwie in den Nachthimmel projiziert und dann bist du aktiv. Genau, und dann komme ich angeflow und rette Saarland. Super. The Adventures of Captain Maggi. Und der Superheld war da. Danke dir. Schöne Weihnachtszeiten. Tschüss. Dankeschön. Frohe Weihnachten.